selbst schulter ja habe ich gesagt schon 100 mal gesagt wir sollen nicht machen autos spielen bewegt sich andere team in der pause direkt achtet sind die da unten ich denke mal um 18 wird ein update kommen weil er stand bei meinem update ab 18 uhr installierbar heute wird bestimmt ab ja genau ok ja gut gab ja genug absturz auf playstation bis jetzt hier ist ein safe drin in dem haus hier ist gute beute also da aus richtung da kommen wo feste homer ist oder die bewegen sich nicht wie viele sind denn da an der seite rechts ist der bishop eine festung nach oben drauf ob hier eine festung ist so was machen wir jetzt hier so Das ist der Beste Ist der Safe noch da? Na oder? Ne, ne Sind die Bots wahr, wahrscheinlich? B! Okay Robert, hast du noch 100 für mich? Ob man Kopf wird gleich? Irgendwie habe ich drauf schauen Ja Warum geh ich den Chat an hier? Ach naja Mach mal Mach mal die RPK mit Mach mal eine noch Ach man from the Auftrag gescheitert Zeit abgelaufen das war so klar moment kommen sie glaube sie kesseln uns jetzt sehen die uns wo wir gerade hergekommen sind gerade von da die anderen haben auch beim shop eins von beiden teams hat es gezündet waren sie schon drin ich müsste irgendwie high ground ihn definitiv jetzt versuch mal ein bisschen durch die hülle zu gehen kommt näher auf jeden fall jetzt gehen sie weiter oder entdeckt haben sie haben somit die kommen jetzt wahrscheinlich die haben uns entdeckt für die schritte hier schon die alles hier kommt mal rein hier quasi schon das war rechts ist einer nein ich sag dir schon bescheid shit break ja sehr gut ja auf jeden fall hier unten den markiert da zum job schon markiert oder warten noch kurz wenn wir drauf gehen dann ja genau kannst du dir sparen du bist du ein war so weise robert nehmt aufsicht mit bullseye komische übersetzung ach so so drauf sich da noch keine drohne zündet ich hatte eine weste doch im gulag ach weil der mich noch abgeknallt hat ist mir die verloren gegangen war ja vor uns und hinter uns die werden da bestimmt hin gehen wir ich glaube die haben gerade geistes mitgenommen weil die sind irgendwie verschwunden an dem wasser gerade ja hier vorne laufen sie hinter der wand schon ja da ist hier noch sieht er ja auch ja der burke da rechts genau down ja auch ja auch mit dem habe ich gerade den gulag gewonnen den gulag gewonnen genau muss den auf jeden fall looten auch keine weste hier hat naja die haben auch noch keine weste nehmt noch die weste auf mann ey komm welche oben bei dir ja geil raus er war hier im wasser die tauchen doch schon wieder irgendwo rum naja sicher so hier warte ich komme auft die er ist und die 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 Warte, ich komme Turm gammelt einer hier Habt ihr noch Munition mit? MP oder B-Dot eigentlich? Ja, das kann ich eigentlich gehen Wunderbar Furcht unbedingt noch Wester Wester, Carney Wester Carney's Bayer Wester Carney's Wester Ich gehe mal da gucken Da haben wir an das Haus drin Das wird noch ein extrem guter, neuer, schlechter Wortwitz Noch ein sehr guter, schlechter neuer Wortwitz eingefallen Woraus? War das berühmte Lied von Oh, warte mal, die ist lehne Abbruch kurz Bei dir aber bist du grün ja Tanke, tanke, tanke An der Tanke ist ja Das ist jetzt, kann ich da ein PC raussetzen Habt ihr da ein PC rausgesetzt? Oh, hier ist seitdem auch nicht Wird das schlecht, weil ich auch gerade zu dir renne Da unten ist er In der Tanke war gerade live Mark War direkt wieder weg Jetzt rennt er die Anleitung So Da hängt er vorne schon Ja, da hinten Fuck, zu früh schossen Bisschen selber auch weit rum Ah, der wird ins Wasser gesprungen sein Ich hab die Scheiß Mission angenommen Der hat die Safe Mission angenommen Der ist abgehauen Wir müssten auch rüber, Jungs Ja, ja Mal ganz schnell kurz gucken, wo wir hin Ach, sonst sind wir in Doppelzone Der ist immer noch her Vor uns, vor uns auf der Halblinse Der movet weiter Der rechts da Die alte Barake, wo wir mal sind Wollt ihr denn die Zone da hinten rein bei euch? Da komm ich nämlich nach Ja, ja, ja Ja, okay Dann machen wir das so Das ist so scheiße Du siehst hier gar nichts in dem Sumpf, ey Wurde schon wieder beschossen Also, ich werd beschossen Das ist super Vom Ton wirklich ist der Sniper Man sieht hier gar nichts Einige Teammitglieder sind noch außerhalb der Sicherheitszone Wollen wir rüber? Im Wasser füllen Jaa Die Zone zieht sie doch noch Oh, er hat es wohl doch nochmal beschossen Ich geh auch von der Wasser Na, ich auch Geil Ich möchte das hier irgendwo noch eine Reste Jaa Das ist ja das Fenster, wo du nicht durchkommst, Alter Jaa Jaa, das sind die ganzen, ganzen Häuser bei den Fenstern Du kommst überall nicht durch Du kommst überall nicht durch Nochmal ne Drohne Ich brauch ne Weste Da ist er drinnen Ne, dahinter ist er drinnen Ne, dahinter ist er drinnen Ne Der weißt du, dass er verfolgt wird, der was hat, ey Die schießen von drüben schon, die Affen Dann müssen wir rüber Ich bin in der hinteren Da oben ist er doch schon Ich bin ein Spass Ich bin Klaas, der auf dem Dach Wo soll der sonst sein? Ich bin Klaas, der auf dem Dach Da oben ist er doch nicht, wie ich hier hoch komme Genau da oben Man kommt hier nicht hoch, nur über die Leiter und das mache ich nicht, dann bin ich tot Jaa, der hat einen Spot da oben Kommst du dann über die Leiter hoch Versachen durchwerfen Ist hier ein Shop in der Nähe? Ne, ne, drüben auf der Seite noch mal Ich geb dir mal Geld, oder willst du mir mal Geld geben? Später schon mal Ist er zu unten? Ist er zu unten? Neun Meter ist genau hier oben Jaa, der weiß genau, dass man da nicht rankommt Der Plattenhitz Down Ich habe nur eine Treppe an der Höhe, die ist auf der Treppe Ich habe nicht gefunden, die Treppe Gehst du an die Klingel? Danke Was ist denn los, ey? Kommen hier alle aber kleckerweise an, ey Schon Jaa, ist wichtig, sonst kommt es das dritte Mal nicht an Dann schicken wir die zurück Ähm, wollen wir warten, bis die Zone sich jetzt zusammengezogen hat und dann über den Shop gehen? Weil die Zone wird ja in der Mitte landen Können wir da hingehen, Robert? Jaa, dener Dann, ja, dann, ja, dann, ja, dann, dann... Das jetzt auch Der für Waffen hat die hat Ist das ein eigenes? Der ist selber schon aufgebaut ein teil des teams ist noch außerhalb der sicherheit das ist natürlich gut oder an dem pass da um guter kann ja jetzt kann sein werde ich jetzt gleich mit der zone sobald die sich bewegt der tor natürlich schon gut hier also falls sie es schafft oder robert es schafft dann würde ich da auch direkt landen dass ich nicht alles habe danke danke ich werde ich nicht durch wasser schwimmen sogar die beste möglichkeit das mache ich auch also zumindest die wo man am wenigsten gesehen wird wenn sie jetzt close sind der schupp ist oben beweg dich kannst du ja mal gucken ob du das siehst kommt man dann auf den turm von unten das kinder das kind um also dieser das wäre die möglichkeit die er jetzt gerade markiert habe das wird einzig hohe aber das hat nicht wirklich viel quasi lassen wir hier vorne rein drohne ist jetzt erst mal kinder hier ist noch eine kiste oben ich habe noch eine platten box mit aber hier ich habe auch noch so genug platten mit die alle geisten das sind die dann alle das freut mich auch mann mann war jetzt die soll auch schon wieder mäckerig jetzt stückte die kinder bei hinten dann so man ist gut dass die klasse warte mal jetzt ist die drohne ja jetzt können wir jetzt können wir rüber jetzt ist laut drohne gerade frei und rechts rechts ist alles frei außer die am geist autobahn wäre nice wie kommen wir da hoch gar nicht die seite da kannst du an den seiten dingern kann man sich verstecken wir können uns aber auch einfach hier hier kommen noch leute aus dem gas ich guck dir das mal an die machen gas pläder oder was man sich das ist besser mich hier hinter dem jetzt die nicht die oben ich hoffe nicht dass die down wir müssen die finischen die kinder hochkommen wir können jederzeit war das gas hochkommen seid euch nicht zu sicher wenn die hochkommen wo sind die hingekrochen wir müssen diese ganzen dinge auf der blick behalten ich habe kein bestätigt bekommen von denen die down waren die oben schon die oben oder unter uns sind unter uns war alle unter uns ah ja jetzt erst mal den shit hier ausmachen die sich immer schön schreiten Die Bursa ist im Haus, oder? Wenn du eine Aitante laschst, mach mal einen Baird. Die Bursa ist geschlossen. Rüttens sind die drin in der Hütte. Hier zumindest. Wo oben rennen welche? 1st Strike. Warum kommt man hier nicht rumgelaufen? Das ist nicht nur der Ernst, ey. Ach du Fotze, ey. 2 noch. Ich hab nur S-Waffen quasi. Aber zwei Teams noch. Ja, zwei Einer. Warte mal, die fighten sich gerade. Einer noch. Ich wurde bei der Autobahn abgeknallt von einem. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Hier unten bei mir. Yes. Grämlich. Mann, geil. Der mit der Autobahn war ein Geniestreich, Pascal. Sehr gut. Wollte ich euch schon sagen. Äh. Richtig gut. Ja. Also, wenn Sinten knapp, Geniestreich. Korre. Richtig geiler Korrekt. Ja. Mit der Vertrauen wieder zurückerlangt. Mann. Richtig wahr. Einer Wunsch. Ja. Fast zu einfach, ey. Dann hab ich in der Waffe, in der Hand, hab ich immer die F-Tag Reckon. Mit diesem Eins-Schuss. Die hab ich noch mal nicht einfach. Mit Zehn-Schuss. Aber die hab ich letztens bei Equa gesehen. Und wenn du im Kopf triffst, ist die Fett-Shoft. Ja. Also bei Multiplayer. Und halt in der Hand die Kastos irgendwie mit zwei Aufsätzen oder sowas. Immerhin. Aber, ja. Aber. Was soll da? Kann das denn? Ich bin in einem Städter, hab ruhig draufgegangen. Den Gatsch. Hat sich doch nichts.